Ewa hat gerade noch Witze in der ersten Reihe erzählt. Hallo, geht's euch gut? Ja, ja, doch, ganz okay. Schön, dass ihr heute Morgen da seid zu unserer neuen Predigt-Serie Daily Struggles. Daily Struggles, was meint das? Das meint Dinge, in denen wir in unserem täglichen Leben zu kämpfen haben. Oder Dinge, wo wir uns eigentlich jeden Tag neu dazu durchringen müssen, uns wieder neu zu überwinden. Da kommen ganz viele verschiedene Dinge zusammen. Bei mir zum Beispiel sind es solche Dinge wie die Küche aufräumen. Mag ich nicht. Yes, ich habe da Bestätigung gehört. Sehr gut. Wäsche aufhängen. Kann ich auch überhaupt nicht leiden. Wäsche in die Waschmaschine schmeißen, okay, aber die danach aufhängen. Schön, sauber, dass sie knitterfrei ist und so weiter. Nee, ist einfach nicht mein Ding. Oder halt auch solche Dinge. Stell dir mal, früh aufstehen. Ich bin da ganz bei dir, wirklich. Also ich verstehe das vollkommen. Früh aufstehen ist überhaupt nicht mein Ding. Und es ist jeden Tag wieder neuer Kampf, morgens früh aufzustehen. Ich habe so Respekt vor Leuten, die das irgendwie gut können und gerne machen. Und wecker klingeln und zack und aufstehen und fit sein. Nee, ist nicht so mein Ding. Oder halt auch so Dinge auf der Arbeit. Ich arbeite im Musikhaus Clear hier. Ich mache das echt gerne. Aber so manche Sachen gibt es, die macht man einfach nicht gern. Bei mir ist es zum Beispiel so Pakete, Versandfertigmachen. Das dauert so lange, bis du Kartons findest und Füllmaterial und Zeug. Und dann musst du hier einen Lieferschein und da noch irgendwas ausdrucken. Ich hasse das, wirklich. Aber es muss gemacht werden. Und das sind so Dinge, wo man sich jeden Tag neu dazu durchringen muss, die Dinge zu machen. In der Serie wollen wir uns aber mit ein paar anderen Dingen beschäftigen. Nämlich mit ein paar größeren Lebensbereichen, die wir so haben. Da kommen solche Dinge dazu, wenn das Ding funktioniert. Jawohl. Wie Gott. Wie integrieren wir Gott in unser Leben? Wie ringen wir uns jeden Tag neu dazu durch, Gott näher kennenzulernen? Oder unser Mitmensch, Beziehungen zu bauen? Oder eben auch der Alltag. Wie leben wir in unserem Alltag? Das sind drei Themen, die wir in unserer kurzen, kleinen, dreiteiligen Themenreihe Dailies zu Agels durchgehen werden. Heute aber zuerst mit dem Thema Zeit, Fresser, Gott. Bevor wir loslegen, dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn um und sag, schön, dass du da bist, schön, dass du heute Zeit hattest zu kommen. Schön, dass ihr heute Zeit hattet zu kommen. Schön, dass ihr auch im Livestream Zeit hattet, mit einzuschalten. Schön, dass ihr dabei seid. Ich finde es wirklich schön. Gemeinde lebt von Menschen, Gemeinde lebt davon, dass wir hier zusammenkommen und einfach Gemeinschaft haben. Ich habe eine kleine Einstiegsfrage von euch. Wer von euch hat heute Morgen schon stille Zeit gemacht? Ja, es sind ein paar Leute dabei. Ich habe so Respekt für euch, wirklich. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, war das Erste, was ich gedacht habe, nicht so so. Erst mal eine halbe Stunde früh aufstehen, meine stille Zeit mit Gott machen, Bibel lesen, beten. Das war wirklich nicht das Erste, sondern ich stehe immer so knapp auf, dass ich es gerade noch schaffe, irgendwie Duschen anziehen und so weiter. Und dann muss ich auch schon ins Auto springen und losgehen, weil viel mehr Zeit ist da nicht. Und wenn wir so unsere Zeit anschauen, wie viel Zeit wir in unserem Tag haben, dann ist es manchmal ganz schön chaotisch. Ich weiß nicht, wie euer Tag so aussieht, aber ich habe, wie jede Predigt, die man irgendwie über Zeit und so weiter hält, habe ich eine kleine Statistik mitgebracht. Ich weiß, es gibt tausend Statistiken darüber, wie wir unsere Tage verbringen. Immer alle ein bisschen unterschiedlich, aber so im Großen und Ganzen decken sie sich. Ich dachte mir, ich bringe auch mal so eine kleine Statistik mit. Wir verbringen 21 Jahre in unserem Leben damit zu schlafen. Das ist schon mal ein Punkt, den finde ich gut. 14 Jahre zu arbeiten, 7 Jahre im Bad, 6 Jahre mit Essen und Essen zubereiten, 6 Jahre auf Reisen, 5 Jahre in Wartepositionen. Männer, ich glaube, wir warten ein bisschen länger als die Frauen, aber mir geht es zumindest so, ich bringe auch so viel Zeit mit Warten, aber eine andere Geschichte. Und so weiter und so fort. Das ist so eine ganze Liste mit Dingen, wie wir unser Leben verbringen. Und dann ist es kein Wunder, wenn es dann auch solche Studien gibt, die sagen, hey, dass verheiratete Paare im Durchschnitt nur vier Minuten am Tag miteinander sprechen. Oder dass ein durchschnittlicher Elternteil täglich nur 30 Sekunden mit seinen Kindern spricht. Ich weiß, das sind jetzt alles irgendwelche Statistiken, man weiß nicht genau, wo sie herkommen, aber ich glaube, so ein bisschen was ist da schon dran. Also, wie viel Zeit verbringen wir wirklich mit unserem Ehepartner? Wie viel Zeit investieren wir da rein? Wie viel Zeit investieren wir in unsere Kinder? Klar, wenn sie klein sind, ist natürlich noch mehr, aber umso älter sie werden, wird es oft weniger. Gestern habe ich in den Nachrichten gehört, oder vorgestern war es, dass immer weniger Leute Zeit haben, sich ehrenamtlich zu engagieren. Egal ob Kirche oder nicht, die Leute haben keine Zeit mehr, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und dann ist die Frage, wo passt da in das ganze Leben noch irgendwie solche Sachen wie Bibel lesen, beten und solche Sachen rein? Geschweige denn, sich noch in der Gemeinde irgendwie ehrenamtlich zu engagieren. Wo soll das alles reinpassen? Das sind einfach viel zu viele Erwartungen in unserem Leben, viel zu viele Dinge, die immer mehr und mehr werden. Da ist die Arbeit und der Chef, der dann doch trotz Mitarbeitermangel immer mal wieder sagt, hey, kannst du hier mal eine Stunde länger bleiben und das kann noch gemacht werden, kannst du das noch bitte machen, bevor du nach Hause gehst? Das sind die Schulen, die immer mehr erwarten, da kommt immer mehr Nachmittagsunterricht dazu und Nachmittagsangebote und dann kommen irgendwelche Projekte noch dazu mit Musik und Theater und Tanz und keine Ahnung was. Und wenn man dann nach Hause kommt, das sind da Hausaufgaben und dann noch die ganzen typischen Sachen wie Musikschule und Sportvereine und dann kommt hier und da nochmal noch ein Arztbesuch dazu. Hey, wo soll da noch irgendwie Zeit sein für Gott? Kurz gesagt, das Leben ist ganz schön voll geworden. Ja, und dann kommt da noch dieser Gott, der will uns Zeit klauen, ja? Und sind wir mal ganz ernst, hey, manchmal denke ich mir so, Gott, bist du eigentlich irgendwie so ein verrückter Sadist, der dem Tag nur 24 Stunden gegeben hat und ihr dann auch noch erwartet, dass wir das irgendwie auskosten und viel Zeit für dich haben, ja? Ja, weißt du, der hat der Tag nur 24 Stunden und die Woche ist eh schon voll, Gott, du kennst genau meinen Terminplan, du kennst meine Woche und weißt du was, wenn der dem Tag nur 24 Stunden gibt, dann bist du selber schuld, wenn ich keine Zeit für dich habe. Jetzt ist ein Dienstag, ja? Dienstags haben wir immer hier im Gemeindebüro Dienstbesprechung. Das heißt, treffen sie alle Hauptamtlichen und bequatschen so die wichtigsten Dinge der Woche und was halt so ansteht. Und normalerweise haben wir dienstags davor immer Powergebet. Das heißt, wir treffen uns frühmorgens mit allen Leuten, die wollen, um für die Gemeinde, um für alles Mögliche zu beten und so weiter. Und so starten wir in den Tag, so starten wir quasi auch in die Gemeindewoche hinein. Und danach ist dann eben die Dienstbesprechung. Diesen Dienstag hatten wir aber kein Powergebet, weil Ferien waren, da fällt es immer aus. Und dann kam Eberhard zur Dienstbesprechung und hat als erstes gesagt, komm, jetzt hatten wir kein Powergebet, jetzt lass uns erstmal miteinander beten. Und das erste, was ich dachte ist, ey Eberhard, meine Woche ist irgendwie so voll, die Dienstbesprechung geht eh so lang und jetzt willst du auch noch beten. Können wir das nicht einfach sein lassen? Das war mein erster Gedanke. Und ich habe mich mit diesem Gedanken erwischt, wirklich keine Zeit zu haben für Gott. Und zu sagen, hey, können wir das nicht irgendwie beiseite schieben? Ist doch eh schon so voll der Tag. Die Frage ist, oder die Frage, die wir uns aufstellen, wie und wo passt Gott eigentlich in unser Leben? Etwas, was uns immer und immer wieder in unserem Leben beschäftigt, ist die Zeit. Egal, in welcher Lebensphase wir uns befinden, Zeit beschäftigt uns. Zeit ist immer da. Zeit scheint immer irgendwie unser Gegner zu sein. Die Zeit. Und die Bibel sagt, hey, für jede Sache, für alles, was wir tun, gibt es die richtige Zeit und das richtige Verhalten. Aber manchmal wissen wir aber nicht. Gott ist manchmal schon ein bisschen sehr sparsam mit Tipps, was zu welchem Zeitpunkt dran ist. Und wir wissen manchmal einfach nicht, wie wir unsere Zeit einteilen sollen und wie das alles stattfinden soll. Epheser 5, Vers 16 sagt, hey, nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Gott will, dass wir die Zeit, die er uns gegeben hat, auch richtig nutzen. Gott möchte, dass wir die Zeit richtig nutzen. In den ersten fünf Versen der Bibel hat Gott die Zeit erfunden. Ja, dann werden wir das lesen. Die ersten fünf Verse, 1. Mose 1, 1-5. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen und sogleich strahlte das Licht auf. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen, der erste Tag war vergangen. Gott hat den Tag geschaffen. Gott hat die Maßeinheit geschaffen, wie wir heutzutage Zeit messen. Wir haben das Ganze noch gestückelt und andere Zeiteinheiten, aber anhand dessen teilen wir die Zeit ein. Was Gott aber nicht gemacht hat, er hat nicht den Terminkalender und nicht die Uhr erfunden. Er hat den Tag erfunden, weil er auch den Sabbat erfinden wollte. Am siebten Tag hat Gott geruht. Und er hat diesen Sabbat für uns gemacht. Er hat diesen Sabbat gemacht, dass auch wir diese Zeit haben zu ruhen. Wenn man es ganz genau nimmt, hat Gott eigentlich den ersten Urlaub erfunden. Und das ist ca. 50 Mal im Jahr. Jeden Sonntag oder jeden siebten Tag einmal Urlaub. Das ist das, was Gott erfunden hat. Aber es fällt uns manchmal nicht leicht, auch diese Zeit zu nehmen. Zeitfresser Gott. Ich möchte mal einfach vorweggreifen. Ich möchte mal ein bisschen spoilern. Ich glaube nicht, dass Gott unser Zeitfresser ist. Ich glaube nicht, dass Gott derjenige ist, der uns die Zeit klaut. Ich denke, dass Gott derjenige ist, der uns Zeit schenken möchte. Auch Freizeit. Auch die Zeit, die wir für uns zur freien Verfügung haben. Auch die Zeit, in der wir uns erholen können. Und in der es uns einfach gut geht. In dem wir Dinge tun können, die uns Spaß machen. An dem Punkt könnten wir jetzt über Zeitmanagement sprechen. Und wir könnten darüber sprechen, wie man Kalender führt. Und To-Do-Listen führt. Und wie man seine Zeit richtig gut einteilt. Und lauter solche Dinge. Wir könnten darüber reden, wie wichtig es ist, jeden Tag seine stille Zeit zu machen. Jeden Tag so und so lange Bibel zu lesen und zu beten. Und das wäre auch gut. Wir könnten auch darüber reden, dass es gut ist, weniger Netflix, weniger Fernsehen zu schauen. Weniger auf Instagram und Facebook unterwegs zu sein. Das Handy ab und zu wegzulegen. Bla, bla, bla. All diese Dinge. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich sitze hier von einem Haufen großer Menschen, die eigentlich ganz genau wissen, dass es nicht gut ist, fünf Stunden am Tag Filme und Serien zu gucken. Und ich glaube, jeder von euch hat irgendwie einen Kalender oder einen Zettel, wo er sich ab und zu mal eine Notiz und eine To-Do-Liste aufschreibt. Ich glaube, wir wissen es. Ich glaube, wir können theoretisch mit unserer Zeit umgehen. Und das, was ich nicht will, ist heute mit irgendeiner Moralkeule zu schwingen. Dazu stehe ich auch in zu schlechter Position. Ich predige immer am meisten zu mir selber. Aber ich glaube, noch nie habe ich so viel zu mir selber gepredigt wie heute bei diesem Thema. Ich möchte euch etwas ganz anderes mit hineinnehmen. Und dazu habe ich euch eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel mitgebracht. Sie steht in Johannes 4, die ersten 18 Verse. Und wir steigen da einfach mal ein und lesen die durch. Das ist eine Geschichte von Jesus. Und da steht, den Pharisäern war zu Ohren gekommen, dass Jesus noch mehr Nachfolger gewann und taufte als Johannes, obwohl er nicht einmal selbst taufte, sondern nur seine Jünger. Als Jesus das erfuhr, verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Sein Weg führte ihn auch durch Samarien, unter anderem durch Sychar. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hat. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Und Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Vielleicht sind sie zum Dönermann gegangen oder zum McDonalds, wie auch immer. Die Frau war überrascht. Normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Und Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du das Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Denn dieses Wasser wird ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Ich liebe diese Geschichte. Aber die Geschichte hat auch so einige Typen. Viele von euch wissen es vielleicht. Die Samariter, die waren bei den Juden wirklich nicht gerade angesehen. Also das war wirklich so ein Volk. Wenn du Jude warst und du hast selber irgendwie von dir gedacht, dein Leben läuft nicht so, irgendwas machst du falsch in deinem Leben. Dann hast du als Jude die Samariter angeguckt und dachtest dir, so schlecht ist mein Leben doch gar nicht. Dazu haben die Juden die Samariter benutzt. Die Samariter waren wirklich nicht angesehen bei den Juden. Dann war es auch noch eine Frau. Ihr Frauen, es tut mir leid, aber zu dieser Zeit wäre es euch nicht so gut gegangen. Zu dieser Zeit wärt ihr wirklich Menschen zweiter Klasse gewesen. Das war wirklich, als Frau hatte man nichts zu melden. Also es war eine samaritische Bürgerin, eine Frau auch noch dazu. Und dann kam auch noch dazu, sie ist mittags an den Brunnen gegangen. Niemand ist mittags an den Brunnen gegangen. Normalerweise sind die Menschen morgens zum Brunnen gegangen, wo die Mittagssonne noch nicht da war, wo die Mittagssonne nicht alles runtergebrannt hat und wo es super heiß war, sondern man ist morgens an den Brunnen gegangen. Das war der Ort, wo man sich getroffen hat, wo man den neuesten Klatsch und Tratsch ausgetauscht hat, da wo man die neuesten Nachrichten ausgetauscht hat, was ist gerade los, was passiert gerade hier bei uns. Da ist man an den Brunnen gegangen. Und die Frau ist aber mittags gegangen. Warum ist sie mittags gegangen? Einfach, weil sie ausgestoßen war. Weil niemand was mit ihr zu tun haben wollte. Weil sie ein Leben geführt hat, was sündhaft war, was einfach nur schlecht war. Wir haben also die Frau, die am untersten Ende der Volksgruppe steht. Wir haben die Frau, die am untersten Ende der Geschlechter steht. Und wir haben die Frau, die nicht mal in ihrem eigenen Volk irgendwie auch nur anerkannt war. Und sie ist da mittags am Brunnen und Jesus redet mit ihr. Und er beginnt mit ihr ein Gespräch über Durst. Wenn wir über Durst reden, dann wissen wir eigentlich manchmal gar nicht so genau, Durst, was ist es eigentlich. Wenn wir Durst haben, dann liegt es meistens daran, weil wir zu viel salzige Pommes oder sowas gegessen haben. Und deswegen haben wir vielleicht einen trockenen Mund oder so. Aber wir wissen nicht so richtig, was Durst ist. Wenn wir Durst haben, dann gehen wir zum nächsten Wasserhahn, hängen unseren Kopf drunter und trinken halt so viel Wasser, wie wir wollen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich war vor kurzem in Ägypten, da kannst du nicht einfach Leitungswasser trinken. Und zu der Zeit war das noch viel schlimmer. Du warst auf diesen Brunnen angewiesen. Dieser Brunnen, der war lebenswichtig. Es war ein Lebensmittelpunkt quasi. Durst war was extrem Schlimmes. Und Jesus spricht davon, wie es ist, sein Durst gelöscht zu bekommen. Man sagt davon, dass Verdursten ein unglaublich schlimmer und schmerzvoller Tod sein soll. Man leidet unglaublich, wenn man verdurstet. Verdursten, das ist wirklich nichts Schönes. Und Jesus hat dieses Beispiel benutzt. Und es soll nichts Erfüllenderes geben, als wenn man kurz vor dem Verdursten ist und dann irgendwoher einen Schluck Wasser herbekommt. Das muss ein so unglaublich erfüllendes, schönes Gefühl sein. Das können wir uns nicht vorstellen. Ein Verdurstender, der kurz vorm Ende ist und er bekommt Wasser. Und darüber spricht Jesus mit der Frau. Und dann geht er aber noch eine Stufe weiter. Und er spricht nicht nur von dem Durst, den wir von außen löschen können, indem wir ans Wasser reinkippen. Sondern er spricht davon, dass er ihr ein Wasser geben kann, das zu einer Quelle, zu einer inneren Quelle wird und sie innerlich vollkommen erfüllen wird. Er spricht von ihr, dass der Durst, den sie hat, mit dem Wasser, was er ihr geben kann, zu einer innerlichen, vollkommen erfüllenden Quelle werden kann. Ist es nicht das, was wir uns alle wünschen, innerlich vollkommen erfüllt zu werden? Ist es nicht das, wonach unsere Seele auch schreit, von innen wirklich vollkommen erfüllt zu sein? Und dann wechselt Jesus aber das Thema. Jesus geht weiter. Und die Frau sagt, dann gib mir von diesem Wasser her, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Und Jesus entgegnete, geh und ruf deinen Mann. Dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Jesus hatte da irgendwie eine Megachance. Jeder, der irgendwie so ein bisschen evangelistisch unterwegs ist, der weiß so, hey, Jesus hat dir irgendwie so davon erzählt, was Gott dir geben kann von dieser super Quelle des lebendigen Lebens. Und die Frau sagt am Ende, hey, dann gib mir diese Quelle, dann gib mir diese Quelle des lebendigen Lebens. Und was macht Jesus? Jesus, anstatt dir davon zu erzählen, hey, ich bin dein Erlöser und so weiter, wechselt er das Thema und sagt, hey, geh und hol deinen Mann. Und du denkst dir, hä, warum wechselst du jetzt plötzlich das Thema? Was soll denn das? Und sie sagt, hey, ich hab doch gar keinen Mann. Und Jesus sagt, ja, stimmt. Und ich denk, woher weißt du das jetzt wieder, Jesus? So geht diese Geschichte weiter und er wechselt dieses Thema und fängt plötzlich an, von ihrem Leben zu reden und von dem, was eigentlich alles schief geht. Und was Jesus hier eigentlich machen will, ist zu sagen, hey, ich weiß, du hast Durst und ich weiß, du bist auf der Suche nach Wasser, was deinen Durst stillen kann. Aber da, wo du gerade suchst, da findest du das nicht. Da, wo du gerade suchst in der Welt, da, wo du suchst in deinen Beziehungen mit all deinen Männern, da findest du das nicht. Und diese Geschichte steht nur beispielhaft dafür, für das, wo wir versuchen, unseren Durst zu stillen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Wir kommen wieder zurück zu unserer Zeit. Wenn ich so meinen Alltag anschaue, dann sehe ich da oft ganz, ganz viele Dinge. Aber Gott ist da manchmal nur so ein Lückenfüller zwischendrin. Ich renne von Termin zu Termin. Wenn ich von der Arbeit komme, habe ich oft noch viele Dinge, die erledigt werden müssen. Manchmal kommt es vor, dass ich nicht mal eine Mittagspause mache, damit ich in der Zwischenzeit noch irgendwie Sachen erledigen kann. Und ich bin mir sicher, dass es wirklich manchmal einigen so geht. Und man rennt von Termin zu Termin und ist hier und ist da. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es manchmal nicht so erfüllend. Ich sitze manchmal abends dann zu Hause und denke mir, hey, was hast du eigentlich heute getan? Du bist von Termin zu Termin gerannt. Beim Musikklier habe ich mir ein paar Gitarren ausprobiert und an den Mann gebracht. Aber was hast du eigentlich am Ende des Tages gemacht? Wo hast du vielleicht irgendwas für deine Beziehung mit Gott gemacht? Wo hatte Gott überhaupt Platz in deinem Leben? Und mir wächst da manchmal etwas. Mir wächst was. Und das ist nämlich diese Durst, dass da mehr sein muss. Diese Durst, dass mehr in meinem Leben sein muss, als von Termin zu Termin zu rennen. Und wenn Gott Zeit hat, dann irgendwie noch zwischenrein zu schieben. Wisst ihr, warum Jesus dieses Gespräch angefangen hat? Ganz am Anfang. Weil er Durst hatte. Jetzt denkt man sich vielleicht, hey, Jesus war doch Gott. Warum hat Gott Durst? Und dann ist es ganz einfach, weil Gott Mensch geworden ist. Weil Gott ganz Mensch geworden ist. Weil Gott sich klein gemacht hat. Und genau das durchzuleben, was wir auch durchleben. Und Gott und Jesus hatte deswegen auch Durst. Und warum hat er das gemacht? Warum ist er klein geworden? Warum ist er Mensch geworden? Wegen uns. Weil er mit uns das Gespräch gesucht hat. Weil er mit uns ins Gespräch gehen wollte. Mit uns über die Dinge zu reden, die wirklich zählen. Weil er teilhaben wollte an meinem und deinem Leben. Weil er nicht so zwischendrin irgendwie auf einer To-Do-Liste stehen will. Sondern wirklich, weil er ein Teil sein wollte von dem, was wir leben. Und zwar durch und durch. Gott will kein Ding auf unserer To-Do-Liste sein, sondern ein Teil. Und wirklich in allen Lebensbereichen möchte er mit dabei sein. Er möchte dann mit dabei sein, wenn wir auf der Arbeit sind. Er möchte dann mit dabei sein, wenn wir in der Schule oder in der Uni sind. Er möchte dann mit dabei sein, wenn wir mit unseren Familien zusammen sind. Er möchte dann mit dabei sein, wenn wir mit unseren Freunden zusammen sind. Er möchte dann mit dabei sein, wenn wir im Wartezimmer unseres Arztes sitzen. Er möchte dann mit dabei sein, wenn wir im Auto sitzen, um zu unserem nächsten Termin zu fahren. Er möchte dann mit dabei sein, wenn wir in der Stadt sind, zum Shoppen oder sonst irgendwas machen. Gott möchte ein Teil von unserem ganzen Leben sein. Und nicht nur in dem Terminkalender morgens zwischen halb acht und acht. Er möchte Teil von unserem Leben sein. Und wisst ihr, wie es mir geht? Ich will nicht mehr, wir jetzt am Dienstag oder Dienstbesprechung dastehen und denken, ob das jetzt wirklich sein muss, dass wir jetzt Zeit mit Gott verbringen. Ich möchte nicht mehr dastehen und denken so, oh, können wir das nicht sein lassen? Ich habe noch andere Sachen zu tun. Nein, das ist nicht das, was ich mir wünsche für mein Leben. Ich wünsche mir, dass wir Durst bekommen nach mehr. Dass wir Durst bekommen nach mehr von Gott. Nach mehr von seiner Gegenwart. Nach mehr von dem, was er für mein Leben vorgesehen hat. Die Geschichte hat da nicht aufgehört. Er hat angefangen, sich über Anbetung zu sprechen. Er kam von Durst über die Erfüllung unseres Lebens hin zur Anbetung. Weil der Ort, an dem wir Erfüllung suchen, ist der Ort, an dem wir anbeten werden. Der Ort, wo wir Erfüllung suchen, ist der Ort, wo wir anbeten werden. Ich möchte nicht, dass Gott ein Lückenfünder ist. Ich möchte, dass Gott ein Teil unseres Lebens ist. Weil Gott möchte integriert werden in unseren Alltag. Ich möchte hier sein mit Leidenschaft und mit Vision. Ich möchte hier sein mit viel Freude, damit mehr Menschen von Gottes Liebe erfahren können. Ich möchte hier sein mit einer Leidenschaft, damit mehr Menschen die Gnade Gottes sehen können. Ich möchte hier sein mit Leidenschaft, mit Kreativität, mit Spaß, mit Freude. Damit Menschen mehr sehen können, wer Gott eigentlich ist. Das ist der Grund, warum wir Gemeinde bauen. Das ist der Grund, warum wir uns Sonntag für Sonntag hier versammeln. Warum wir unter der Woche uns hier versammeln. Warum wir überhaupt so ein Gebäude gebaut haben, damit wir hier zusammenkommen können. Nicht nur hier, sondern auch zu Hause in unseren Kleingruppen und dort, wo wir sind. Das ist der Grund, warum wir Gott mehr und mehr in unserem Leben integrieren müssen. Gott möchte mehr und mehr Menschen erreichen. Und ich möchte das nicht nur machen mit, jetzt muss ich wieder hier sein und jetzt muss ich wieder irgendwie beten und wieder dabei sein. Sondern ich möchte das tun, weil ich diese Freude daran habe, weil ich diese Leidenschaft daran habe. Weil ich Bock drauf habe, dass mehr passieren kann. Weil ich mehr von dem sehen will, was Gott vorbereitet hat. Weil ich mehr von seiner Vision sehen will für diese Stadt Nürnberg. Und für das, wie er Menschen hier erreichen will. Und ich weiß, das ist manchmal nicht leicht. Also wirklich, es ist manchmal so unglaublich schwer, Gott da zu integrieren. Psalm 22, Vers 4 steht, aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Gott wohnt in unseren Lobgesängen. Gott wohnt in unserem Lobpreis. Jesus hat nicht umsonst angefangen, über Anbetung zu sprechen mit der Frau. Diese Bibelstelle geht weiter. Wir kennen, viele von uns kennen diese Stelle. Das ist diese Stelle, wo Jesus sagt, hey, Gott wünscht sich wahre Anbeter. Anbeter, die in Wahrheit und Geist anbeten. Das heißt, das sind Menschen, die wirklich mit ihrem ganzen Leben nach Gott suchen. Und deswegen fängt Gott an, kommt vom Thema Durst, über die Erfüllung unseres Lebens, zu diesem Thema Anbetung. Weil Anbetung ganz klar was damit zu tun hat, wie wir Gott in unserem Leben integrieren können. Indem wir Gott suchen, in unserer Arbeit, in unseren Schulen, in unserer Freizeit, in unserer Familie, mit Freunden, in unserem Wartezimmer beim Arzt, in unserem Auto, in unserem Zug, wo wir sitzen und wo wir Menschen begegnen. Überall da, wo wir sind, können wir Gott mit hineinnehmen. In all den Fragen, die wir haben, in all den Entscheidungen, die wir treffen in unserem Leben. Ob es große Entscheidungen sind, die gerade vorn stehen, oder ob es die ganz kleinen Entscheidungen sind. Lass uns da Gott mehr und mehr mit hineinnehmen. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Wenn wir ihm Raum geben durch Anbetung, ja, dann kann er bei uns wohnen. Gott möchte kein Besucher sein in unserem Leben. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen, auch in das, was ich euch diese Woche mitgeben will. Die zentrale Idee. Gott möchte kein Besucher sein in unserem Leben. Gott möchte bei uns wohnen. Wenn Gott uns nur besucht, dann ist er ein Zeitfresser. Kennt ihr das, wenn ihr Besuch habt? Selbst wenn es unsere besten Freunde sind, manchmal ist Besuch einfach anstrengend. Und manchmal raubt uns Besuch einfach die Zeit. Und man denkt sich so, wann wolltet ihr nochmal wieder gehen? Besuch ist manchmal anstrengend. Aber ganz ehrlich, wenn ich zum Beispiel zu meiner Mama nach Hause gehe und sie besuche, dann will sie nicht wieder, dass ich gehe, weil ich ein Teil ihres Lebens bin. Weil ich nicht einfach nur ein Besucher bin, sondern weil ich Familie bin. Weil wir als Familie zusammengehören. Und genau das ist das, was Jesus will. Er will nicht nur einfach ein Besucher sein, ein guter Freund sein, den man manchmal einlädt. Morgens von halb sieben bis sieben oder wie auch immer in meiner stillen Zeit. Sondern Gott möchte bei uns wohnen. Er möchte ein Teil unseres Lebens sein. Er möchte ein Bestandteil unseres Lebens sein. Und das geht, indem wir dieses Herz der Anbetung bekommen. Und das meint, dass wir Gott suchen. Dass wir die Begegnung mit Gott suchen. Dass wir Gott so preisen. In den Dingen, wo es uns manchmal gut geht, aber auch in den Dingen, wo es uns manchmal nicht so gut geht. Ich lese manchmal gerne wirklich die Psalmen von David. Ja, auch vor allem die Psalmen, wo es ihm manchmal echt dreckig ging. Weil ich finde das so faszinierend, ja. Für David war es kein Problem zu sagen, Gott, weißt du was, mir geht es gerade richtig beschissen. Und ich weiß nicht, was das hier soll. Ich weiß nicht, warum du das machst. Und ich weiß nicht, warum du mir das antust. Aber wenn du die Psalmen weiterliest, dann merkt man auch, wie David diese Kurve kriegt. Und sagt, Gott, ich weiß, mir geht es gerade nicht gut. Aber ich weiß, du bist ein Teil meines Lebens. Und ich weiß, du bist hier. Und ich weiß, du wirst mein Leben in deiner Hand halten. Und ich weiß, alles wird wieder gut. Und er fängt an, Gott zu loben. David war ein Experte darin, Gott zu loben in den Dingen, wo es ihm gut geht. Aber auch in den Dingen, wo es ihm eben gar nicht gut ging. Und David war einer, mit dem man eigentlich ganz genau sagen kann, hey, Gott hat in seinem Leben gewohnt. Gott hatte in seinem Leben einen Platz. Und zwar nicht nur als Besucher, sondern wirklich als fester Bestandteil. Das ist das, was ich mir für mein Leben wünsche. Und das ist das, was ich mir für uns alle wünsche. Dass wir eine Gemeinde werden, die sagt, hey, Gott ist ein fester Bestandteil in unserem Leben. Gott wohnt bei uns. Und wir laden ihn ein, wir geben ihm diesen Raum, bei uns zu wohnen. Er ist nicht nur ein Besucher, sondern er wohnt bei uns. Er ist ein Teil von unserem Leben. Und dann ist Gott nämlich kein Zeitfresser, sondern ist Gott ein fester Bestandteil. Und wir können sagen, ja, Gott raubt mir keine Zeit, sondern wir haben ihn einfach integriert. Er ist einfach dabei, so wie das sein soll. Lass uns aufstehen, lass uns miteinander beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Und ich danke dir dafür, dass du nicht einfach nur ein Besucher in unserem Leben sein willst. Dass du nicht einfach nur zu Besuch kommen willst, kurze Zeit und dann wieder gehst, sondern dass du wirklich bei uns wohnen willst. Dass du keiner da bist, der irgendwie Termine einteilt und ich habe für jeden heute eine halbe Stunde Zeit, sondern dass du sagst, du möchtest wirklich durch und durch ein Bestandteil in unserem Leben sein. Und Jesus, wir stehen heute hier, weil wir dir sagen wollen, wir wollen, dass du Teil unseres Lebens bist. Wir wollen dich mehr und mehr kennenlernen. Wir wollen mehr und mehr, dass du integriert wirst in das, was unser Alltag so bringt und was unser Alltag so zu bieten hat. Wir wollen, dass du Teil davon bist, von unserem Leben, von morgens bis abends. Und wir wollen dich mit hineinnehmen in die Entscheidungen, die wir treffen. In die leichten Entscheidungen, von Frühstück bis welche Route nehme ich, bis hin zu den schwierigen Entscheidungen des Lebens. Wir wollen, dass du mit dabei bist, weil wir wissen, dass du es gut mit uns meinst. Weil wir wissen, dass du ein guter Gott bist und du das Beste für unser Leben vorgesehen hast. Und wir wollen dir da wirklich unser Leben, wir wollen dir unsere Entscheidungen, wir wollen dir die Dinge, unsere Fragen auch im Leben, wir wollen sie dir anvertrauen, Jesus. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir dafür, dass du jeden hier drin siehst, dass du jeden hier drin liebst, dass du für jeden die gleiche Zeit hast, dass du für jeden die gleiche Liebe hast, dass du für jeden die gleiche Leidenschaft hast hier drin. Und wir danken dir, dass wir dir unser Leben anvertrauen dürfen. Lass uns noch zusammen das Vaterunser beten. Das Vaterunser, das ist nicht einfach nur ein Teil der Liturgie, die wir machen, weil man es halt irgendwie so macht in der Kirche. Sondern es ist ein Gebet, was Jesus uns gegeben hat, genau dann, wenn wir mal nicht wissen, was wir sagen sollen zu Gott und wie wir mit Gott reden sollen. Ich weiß, mir geht es manchmal so, dass ich gerade nicht weiß, hey, was soll ich gerade beten und wie soll ich dir gerade ausdrücken, was ich eigentlich denke. Und genau dann ist dieses Gebet das Richtige, weil es uns Jesus gegeben hat, genau für solche Fälle, dass wir trotzdem zu Gott reden können, zu Gott beten können und in Gott bitten können, einfach in unserem Leben zu sein. Deswegen lass uns das Vaterunser beten. Unser Vater im Himmel. Heilig.